Schöner Götterfunkel, Tochter aus Zittl und Unfezugs. Tochter aus Zittl und Unfezugs? Das ist doch eine Tochter aus Illusion. Mir ist momentan nicht eingefallen, wo die Tochter her ist. Jetzt hab ich ein alterer Stalt genommen. Wo ist vielleicht die Zittl und Unfezugs? Wo neben der Illusion. Das ist zusammengewachsen. Es ist wunderbar, die Eurohymne. Aber wenn wir schon danach reden davon, dass wir einen neuen europäischen Zeitgeist haben, dann gehört auch eine neue europäische Hymne her. Und ich sag euch ganz, wir haben eine neue europäische Hymne kreiert. Nämlich einen zeitgeistigen Hit. Das heißt, ich hab einfach die größten Hits von Europa zusammengestoppelt. Vorne etwa ein Potpourri. Vorne etwas Offizielles dazu. Und hinten etwas Offizielles dazu. Und fertig war die Hymne. Und ich sag euch, das wird die neue Eurohymne. Weil sie so hittig ist. Und ich fahre damit nach Genf. Und gebe dort meinen musikalischen Senf ab. Und dann wird das die neue Eurohymne. Und ich fahre nach Brüssel. Und zeig ihnen dann dort meinen riesengroßen. Jetzt haltest du die Parten. Und siehst mit mir zum Abschied die neue Eurohymne. Dann zeig ich ihnen dort nix. Und damit verabschieden wir uns mit dieser Eurohymne. Und danke euch fürs Zuhören. 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 Zuhören.